100 Jahre internationaler Frauentag. Clara Zetkin und ihren Mitstreiterinnen ging es vor allen Dingen um drei Dinge. Sie wollten das Frauenwahlrecht durchsetzen, sie wollten bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und sie wollten aktiv gegen den Krieg kämpfen. Gerne würde ich Clara Zetkin heute treffen. Ich würde sie fragen, wie schätzt du die Lage der Frauen ein? Und dann würde sie sicher sagen, viel habt ihr erreicht, aber noch nicht genug. Seid nicht zu bescheiden in euren Forderungen. Denkt nicht nur an euch, denkt auch an das große Ganze und denkt daran, dass die Demokratie und die Ökonomie zu wichtig sind, um sie allein den Männern zu überlassen. Aber ihr seht auch, dass eine Frau als Bundeskanzlerin euch nicht unterstützt. Viele Frauen leben in prekären Bedingungen, sie haben unsichere Arbeitsplätze, sie verdienen wesentlich weniger als Männer. Darum ist für uns Die Linke der Internationale Frauentag. Ein Tag, um mit Frauen gemeinsam zu feiern, ein Tag, um sich Mut zu machen, aber ein Tag auch, um zu kämpfen, um zu sagen, wir wollen mehr Einfluss in der Gesellschaft, wir wollen bessere Bedingungen für alle Frauen und wir wollen betonen, Demokratie und Ökonomie sind zu wichtig, um sie allein den Männern zu überlassen.